In Sachen Burger gibt es in Las Vegas nur eine Entscheidung. Und die heißt nicht McDonald's, sondern die heißt In-and-Out Burger in Las Vegas. Entweder am Neuen Strip oder in der Tropicana Avenue Richtung Süden von Las Vegas. Nice to be here, lassen Sie nicht den Burger schmecken. Marek arbeitet hier, ist aus Tschechien, spricht fließend Englisch und Deutsch und Tschechisch. Wir sind gute Freunde, denn die Bürger haben uns zusammengebracht. Ich bin Stammgast hier, mindestens zweimal in der Woche vertilge ich so einen 350-Gramm-Burger. Er ist ganz toll, Doppel-Meat, Doppel-Cheese und die richtige Zwiebel drauf und den richtigen Käse.